Hallihallofi meine lieben Leute, ich bin euer Anubis und Willkommen zurück zu Doom, ja ihr werdet bestimmt eine kleine Veränderung bemerkt haben und zwar nehme ich jetzt mit OBS gerade auf statt wie sonst in üblich meiner Let's Plays mit Shadowplay, weil Nvidia das den kleinen kleinen lieben Trick beendet hat, wenn man hier alt und tappt gedrückt hat und dann eben halt ne auf Aufnahme gedrückt hatte, dass man dann doch egal welches Game aufnehmen kann, das hat Nvidia gefixt, das ist nicht mehr so und deswegen muss ich leider auf OBS umspringen, jedenfalls bei den nicht unterstützten Games, aber alles halb so wild, wir starten jetzt mit der dritten Folge von Doom. Ach ja, wir hatten ja beim letzten Mal ziemliche, ja was heißt Probleme, aber gab schon hier und da ein bisschen Stress, so ich weiß jetzt gar nicht mehr wo wir eigentlich sind, Ach hier sind wir, ja stimmt, hier sind wir ja beim letzten Mal so dermaßen verreckt, tschüss, das war's mit dir, will da noch jemand, oh, was war denn das? Und vor allem die Lebensenergie hier unten, Das war's schonmal hier mit, aber in meiner Erinnerung waren wir doch ein bisschen weiter, Ja egal, Fresse du da oben gehst mir auf den sack der biebt sich teilweise bisschen so wenn er wenn er dachte wenn ich jetzt f drück wenn ich in bestimmter nähe bin dann biebt er sich so ein bisschen und du bist behindert du bleibst mal hier komm zurück hol ich nochmal die kettensäge raus ich hab doch noch kettensägen schüsse oder vielmehr ich hab noch wenn sie in führer teil da jetzt da habt das gesehen der biebt sich so ein bisschen aber hier noch irgendwie noch lebensenergie ne na schnauze unten bewegt sich noch was da wo ist denn da hin so jetzt suchen wir mal eben hier hab ich das denn giefergranaten t q r komisch ach jetzt geht die spule tür auf aufzug wir können nicht springen jetzt bin ich so auch geht jaja blödes teil blödes teil da ab sollte mich das jetzt irgendwie erschrecken war doch teilweise schon offensichtlich guckt mal freunde los jungs lasst uns einen laufen auch blöd laufen kann ab und zu doch eine blöde entscheidung sein und geht zurück da wo du hergekommen dass die kommen nach ach ja hier kommen wir ja her genau so jetzt haben wir aber diese blöde karte danke für den granatwerfer das ist ja niedlich so so mal noch nix dann gibt es mal hier weiter ja versiegelt sicherheit station warte nix wo hier jetzt kommen die bösen bösen jungs schon wieder oder wie das das spüre die faust gottes oder so was in der art du auch heute haben mich jetzt alle bemerkt toll wo hin tante elmer oh was ist das das ist mir neu wow na kommt ich hab was neues für euch ho schade schon beendet egal na stimmt also doch zu dicht dran also ja 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 nicht den jedenfalls nicht so so noch irgendwo was aber doch gerade noch so viel da ist er. Ich komme nicht an die Saints War dran. Jot. 1, 2, 3. Saints War ist vorbei. Da ist es gar nicht mehr. Voll vercheckt. Gucke ich mir nachher mal eines meiner Videos an. Da hatt ich da doch noch mal gesagt. Ist so still? Das gefällt mir nicht. Hi! Onkel Manfred! Oh, Onkel Manfred! Da waren so böse böse Monster, die habe ich kaputt gemacht. Geht es ja weiter? Wie kommst du denn? Oben? Ist es da hoch? Wie kommt man denn da hoch? Guck mal, was es da noch alles gibt. Das will ich alles haben. Rüstung und so. Gibt es da irgendwie einen Aufzug für? Irgendwas. Muss ich dafür was austricksen? So. Das ist es schon mal nicht. Komm, ich dampf doch da hoch. Das wird jetzt irgendwie so eine großartige Klippe. Naja, egal. Das ist toll. Ich schaff' mich immer noch nicht. Ich schaff' mich immer noch nicht da hoch drauf. Jetzt stört mich jetzt aber das Spiel. Naja. So. So. Das ist ja auch nicht. So. 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 Irgendwie zu easy. Oh, was ist das? Kann man das öffnen? Scheint nicht. Ich habe einen Supervertrag in der Einrichtung blockiert. Komm zum Wetter, Terminal, dann bekommst du was du brauchst. Das ist ein neuer Dämonen. Warum kann ich hier eigentlich nicht drin springen? Das ist doch langweilig. Jump-Partys. Hi Freunde! Wie komme ich jetzt da hoch? Noch schon eine Frage. Da muss ich hoch. Komm zum Megaturn. Ist hier irgendwo ein Aufzug oder so? Kein Eingang. Zukunft lohnt sich. Hier ist es doch. Komische Einrichtung. Dann gehen wir mal zurück. Volle Energie habe ich. Wie geht es denn hier jetzt weiter? Wie geht es denn hier jetzt weiter? So, ich muss da hoch. Halt die Frenz, Halt die Frenz. Ah, jetzt. Wie geht es denn hier? Wie geht es denn hier? No, 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 no. Dann gehen wir das wie echte Männer mit den feuchten. Und ihr habt verloren. Loschen. Ich habe noch mal die Munition. Das ist immer gut. So. Schnauze. 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 Da hinten auch Schnauze. Schnauze. Habe ich nicht hier gedacht Schnauze? Jetzt ist es wieder too easy. Schnauze. Oh, hi. Oh, künn Olaf. Wui. Mit der Kniescheibe. Bitch slap. Hat er mich jetzt gekillt? Tatsächlich? Okay. Noch ein Versuch. Hä? Okay. Spiel hat sich beendet. Okay. Dann. Spiel hat entschieden. Obwohl ich eigentlich noch einen Versuch starten wollte. Aber. Ich denke mal wir sind doch bei gut 20 Minuten. Ich bin euer Anubis. Und bedanke mich mal wieder bei euch. Bis zum nächsten Mal. Mal. Okay. Honestly. Ich gepappalte mich mal wieder. Ich habe wenige Soraya. Das war immer gut.